Brian Winston ist ein Genie. Unbeehrbar folgt er seiner Berufung, eines Tages einen menschenähnlichen Androiden zu erschaffen. Der Visionär wird zur meistgehassten Person der mächtigen Konzerne und muss sich einem unerbittlichen Kampf stellen. Doch Brian Winston trägt ein unglaubliches Geheimnis in sich. Der Gottmenschmacher. Die Zukunft von morgen? Das bin ich.